Es ist schon auch ein bisschen, wie man das denkt, das sind jetzt alles seit 2004 online, das heißt, sie können zu Hause in Kiel. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt, das tatsächlich israelische... ...Mr. Thorsten Aleybeck, state secretary of the ministry of education. Was ist denn ein Papier der größtennden terminischen Kampf? Du hast das gefehlt. Remembering Germany's dark past of anti-Semitism is vital in our world today. in a Europe where anti-Semitism and religious hatred seems to be on the rise again, in a time when there are less and less survivors to tell their story. Toda Rabah. Thank you very, very much. Shalom. We'll proceed to this point.